Hallo und herzlich willkommen meine Freunde, wir schauen uns jetzt gemeinsam mal die Sturmballblockade an. Das ist der vorletzte Boss aus dem neuen Raid und wie ihr euch denken könnt, ist das Ganze schon relativ spannend. Zuerst, wir müssen wieder unseren Raid aufteilen, bedeutet also halbe halbe, einer für das linke, einer für das rechte Schiff. Wir beginnen hier mit dem rechten Schiff, da ist Bruder Josef oben und dementsprechend gibt es natürlich auch die diversen Fähigkeiten, welche wir hier handhaben müssen. Danach wechseln wir auf das linke Schiff, da sieht es natürlich ganz anders aus. Als kleiner Hinweis, wir haben uns dann am Ende dazu durchgerungen praktisch alle Ranged Ideas auf das rechte Schiff zu schicken. Das liegt an dem Ad, also dort erscheint immer wieder so eine Sirene, die übernimmt Spieler und versucht diese von der Plattform zu werfen. Also vom Schiff runter zu werfen, können nicht mehr gerätzt werden und sind dementsprechend tot daher. Ad, höchste Priorität, da gilt es darauf zu achten und natürlich der Vorteil der Rangers, das denn, wenn das Ad praktisch noch keinen fokussiert hat und ein Mili rüberläuft, dann kann der genommen werden und wird der runtergeworfen. Deswegen, wenn ihr Mili's auf dem rechten Schiff habt, nicht so schnell zum Ad, sondern erst warten, bis die dementsprechenden Personen übernommen worden sind. Des Weiteren hat jeder der Bosse, also einmal der Josef und einmal die Katharina, eine Fähigkeit, welche den Endboss dann buffen, beziehungsweise den zweiten Boss dann, gegen den wir dann hier in der zweiten Phase kämpfen, der ist immer sofort zu unterbrechen, weil ansonsten ladet der Boss Energie auf. Also, rechtes Schiff, Ad, höchste Priorität, ausweichend Boss kicken. Linkes Schiff, wie sieht es da aus? Da wird es ein bisschen kniffliger, da ist ein bisschen mehr Movement gefordert, das ist das sogenannte Blitzschiff, da gibt es eben knisternder Blitz, Voltage-Blitz und hier geht es einfach darum, wenn ihr einen Debuff habt, tragt den bitte aus der Gruppe raus. Also ihr seht das eh sofort, es erscheint so eine Fläche um euch rum weit genug rauszutragen, damit keine Mitspieler davon getroffen werden, früh genug loslaufen, denn das Ganze ist ein relativ kurzes Zeitfenster. Des Weiteren erscheinen hier am Deck immer wieder Blitze in unterschiedlichen Kombinationen, wo wir einfach ausweichen müssen. Also teilweise sind so einzelne Blitze von einer Seite zur anderen oder teilweise wird doch wirklich das halbe Deck geblitzt, da müssen wir natürlich mit dem Boss raus und auch dementsprechend ausweichen. Dann ist es immer eine Kombination, also meistens kommt es eben, wie ihr es gesehen habt, zuerst in der Mitte, dann auf der Seite oder es iteriert wirklich von links nach rechts durch. Und auch hier gibt es wieder eine Fähigkeit, die es zu kicken gilt, damit dann der Boss später nicht zu viel Energie hat. Vielleicht das Ganze ein bisschen vorgegriffen, wenn der Boss volle Energie hat dann in der zweiten Phase, dann stirbt der Raid. Deswegen ist ganz wichtig, aus den ersten Phasen, während wir die Schiffe machen, versuchen die Bosse gleichzeitig down zu bringen. Also NHC gleichzeitig, in NHC könnt ihr zum anderen Schiff rüberfliegen, wenn ihr schneller wart und den Leuten helfen. Ansonsten gilt aber gleichzeitig und wenn die beiden down sind, fliegen wir zurück auf Festland, also zurück auf unsere Plattform und dann beginnt hier praktisch Phase 2. Ja, und in der zweiten Phase startet der Kampf, indem wir den Boss unterbrechen. Da haben wir ein kleines Zeitfenster, um es aufzustellen. Das brauchen wir nämlich, also ihr solltet hier zwei Camps bilden, Mili und ein Range Camp, um eben diese Meeresflut richtig abzulegen. Das ist so ein Debuff, beziehungsweise es ist ein Einschlag und der Einschlag hinterlässt dann eine Fläche am Boden. Und das macht natürlich unglaublich viel Schaden. Also im Einschlagswaps dürft ihr nicht drin stehen bleiben, in die Fläche könnt ihr euch danach aber reinstellen. Ist auch ein ganz guter und wichtiger Tipp, denn wenn wir hier die Flächen hier mal sauber abgelegt haben, von der Gruppe ist auch wichtig, dass keiner zu früh läuft. Besonders sind die Einschläge versetzt und dann tötet es gleich ein paar Spieler. Dann könnt ihr praktisch wieder über den Boden drüber laufen, gibt es mal ein bisschen Schaden, aber so habt ihr die Möglichkeit, diese Einschläge und die anschließend erscheinenden Flächen übereinander zu stapeln. Denn die könnt ihr später ja wieder weg machen. Die höchste Priorität habt natürlich in der zweiten Phase das Add. Also da erscheinen immer wieder Adds, die sollten so schnell wie möglich getötet werden, denn sie kanalisieren auf den Boss. Wenn der Boss volle Energie hat, sind wir tot. Hier gibt es die Möglichkeit für die Tanks, diesen Seetankwickel, also wenn das Add kommt, ein Tank rauf, der kann es ein bisschen verlangsamen. Und das ist natürlich für uns ganz gut, denn ein verlangsames Add bedeutet natürlich, wir haben mehr Zeit, um Schaden auf das Add zu machen. Also wir haben das dann später so gemacht, die Ranges gehen zuerst auf das Add und dann, wenn es in den Melee-Bereich kommt, dann gehen die Meleys drauf. Man muss natürlich dazu sagen, wie entsteht so ein Add. Es werden zufällige Spieler mit Sturmsrollen übernommen. Bedeutet also, die werden einfach groß haben, deren kleines Zeitfenster, ich glaube es waren so sieben oder zehn Sekunden, wo sie die Flächen am Boden wegmachen können. Wenn das ausgelaufen ist, dann erscheint das Add, also es spawnt dann aus diesen Spielern. Bedeutet also, wer die Fähigkeit hat, einmal durchlaufen, Flächen socken und ab nach hinten. Je weiter hinter, umso besser. Also ihr könnt dort auch Portals nutzen, Hexer-Gateway, egal was da ist. Einfach nehmen, um den Spieler mit dem Add dann möglichst weit hinten abzustellen, damit man hier einfach genügend Zeit hat, um die Adds zu töten. Wir nahmen da noch Kampfrausch. Irgendwann beginnen sich die Adds zu überlagern. Das ist dann ein sehr guter Zeitpunkt, um Kampfrausch zu nehmen. Also nicht direkt zu Beginn der Phase, sondern dann, wenn sich anfangen die Adds zu überlagern und ihr seht, es geht sich nicht mehr aus, dann kann nochmal kein R gezogen werden. Denn die Adds, die müssen einfach sterben. Ansonsten wird das nämlich in der zweiten Phase nichts. Okay Freunde, das war es jetzt mal hier so vom vorletzten Boss. Wie immer, wenn es irgendwelche Fragen gibt, ab damit in die Kommentare. Und ich wünsche euch viel Glück, viel Spaß und bis zum nächsten Mal.